Wir müssen heute Team Deathmatch spielen, oder? Nützt ja nix, nützt ja nix Let's uphack number 2, Alter Ne, number 7 ist es ja schön, bei mir Hm, locker Miau Eben an Host haben wir das Spiel sofort los geht Einmal Gibt's nicht Ne, Wufwuf ist bei uns im Team Moin Schuss Level 1 Kann man denn jetzt auch Level 1 sein? Down gerankt Was? Kommt, bunkel, ist es noch noch rum Ah da habe ich gar nicht ist klar ich nicht vielleicht im total er kommt trotzdem sollten Prozent es ist einfach so lächerlich das Spiel zu spielen wissen warum aber es macht einfach so überhaupt kein Spaß mehr auch Gott die Netto Scheiße ich wusste auch nicht auf welches COD man umsteigen könnte wo man vernünftig zu angeln kann. Hier ist noch jemand drinne dazu ein Snipe hab sie was, hab sie überlebt hat hat sie die Gange ich gehe schon wieder negativ oder aufnahme negativ sehr hüge oben mein gott was 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 er gefressen hat dicker was ist mit mir los ja komm ich heiße perfekt der flashbang mann das macht so kein spaß mehr guck mal er schießt hinter mir rum ich höre es einfach nicht oh gott es ist so ein nachteil ohne sound zu spielen es gibt es gar nicht um ein dort man erliebt im Bunker wenn man die blöde ist auf dem ein 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 Tsunami alter mit seiner scheiß ak erweitert extended max man ne und mich einfach so hat es hat einfach so kein sind dieses spiel zu spielen es hat einfach so überhaupt keinen sinn ja cool drückt uns ein harrier man es ist doch scheiße ist einfach scheiße aufzusniden mann der ist einfach im Hotskopf oder die Sturz mit der Karte Disney und so St. St. Ja. Hitmaugger. Das ist ja sehr unfair. Hitmaugger. Deiner? Ja, ja. Schon zusammengegammelt. Hitmaugger. Prozent guckte die Connection an alle Kumpel und die Connection verspießen zu sowieso nichts mehr die das ging um Päckchen die Chance von Pätsch bis die hat diese Connection alter es hat Kops ich sagte alles alter Schau mal genau ich leg mich einfach mal mitten bei C oben ins Gebüsch rein ich kenn's ja ich kenn's ja alle im Bunker welcher A Bunker was Dicke das ist ja Tsunami hier um 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 die Schrei und Tüben da brauchst du ja erst diesen Krampf nicht mehr geben Guck mal wie die Geyern wie die Geyern sie sehen was sich im 20 ist gestorben ich bin als es oft als 20er st ich sagt das schaffe ich nicht mehr ja, jetzt haben sie unsere Drohne ich hab alles gerade nicht ja, ich nicht, dieser Tsunami er er fickt mich so hart er fickt mich so hart das kann doch nicht wahr sein, wie kann man denn so verfickter Bastard sein Mensch was soll ich hier liegt wahrscheinlich dauernd durch Decker du nimmst ey, das kann nicht wahr sein die wie er draußen ist ja ist auch noch aus vor allen Dingen, weißt du ein Tsunami, er hat Digger, dieser Tsunami, der hat 9 zu 9, der hat mich nur gefistet mann aber sowas von, aber richtig hart boah, ging diese glaube ich mir auf den Keks ey oh cool auch rausgeflogen ja, ja cool sind so einfach witzig wie ich von 1 zu 5 auf 22 5 das krieg ich nicht in meine Birne rein gerade ja, aber wie ja 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 wieso äh hast du nicht von Deathmatch gesucht? nein what hat er nicht bei dir ist einer hinten ich hab Herrschaft gesucht, ist schon richtig so ja der Typ der saß neben uns geil ich ich ah Asporn sitzen oben im Haus Mann bist du ein Bastard alter kann man das für scheiße sein das kann ja überhaupt nicht wahr sein der kassiert das ich das umgekehrt ich ja weil sie wieder zu dritt im eigenen Sporn rumschimmeln ja ich würde von den Dankes nicht dicker ich bin einfach der größte verdammte kacklappen den es gibt man verpiss dich scheiß team dicker das ist das ist das fakt mich gerade richtig auf da ist klar wie schnell er sich rumdreht st findlichkeit auf 360 sicher in der Tür das Wort ohne Prozent weil dort er kassiert Ah, hinter mir, oh, 2-Shot, ich glaube. Alter, Team Mötner, gibt sie. Moment, seid ihr dumm? Ja, wir sind in den Typen, einfach dann noch. vielleicht das war auch noch aber auch ist mit das denke auch gut auch so in dem aufhören Schade, hab ich gerade mal einen Granatlancer an der Folie gehabt, ey. Ja, und ich verrecke natürlich, seine scheiße UMP, man. Ja. Ja. Let's stand! Harrier. Lol. Lalalalalalalala. Hätt ich mich nicht bewegt, wär ich nicht verreckt. Wäre an mir vorbeigerannt. Was ist das? Nein, nein, nein! G8-Zer-Kippe durch die Hälfte der Map. Äh, Hälfte der Map, Hälfte C-Sport. Baller da einfach durch. Der alte Lymphknoten. Und ja, ich hab noch ne Flagge eingenommen. Was? Was? Loll. Ich sterb einfach, weil das einfach weh ist. Loll. Da denkst du ja immer, die Nade kommt scheiße. Naja, kommt gerade gut, ja. Ich denke, es ist bei Whatsapp schon. Lüttesn. Oh, bei B, ne, du denkst so gut, da ist niemand. Paz! 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 Digga! Was, zu wenig. Ich glaube nicht, das ist immer... Paz! Ich glaube nicht, ich weiß nicht. Mann, ist das ein Missgebot, Mann. Das gibt's doch überhaupt haupt niemanden. Hä? Lol. Er kommt. Er kommt einfach. Mr. Harrier? Ist das eine Missgebot, Mann. Tötet den, bitte, danke. Hinter uns. Oh, hinter mir. Fuck. Okay, keine Bills. Ja, weil sie alle im Sporn sitzen, Mann. Ja. Verpiss der ist. Nein, da gibt's eh nichts mehr, der Chopper. Aber trotzdem, hau raus. Ich hab da nicht mal einen. So. Jetzt so. Ich. Fuck Noob, Alter. Ich hab da nicht mal einen Kill gemacht. Unnötiges Scheiß-Ding wieder. Die ist rumgetübt, ne? Das war sehr nett. Ich dachte, wer hat rumgetübt. Fast alle, weil die aus dem Zähsboden rausgetübt haben. Rumgetübt, gesnipet. Alles, ey. In der einen Hand der Sniper, in der anderen Hand der Tube, ey. Und dann immer. Piu, pfup. Piu, pfup. Piu, pfup. Wirst du aufgestまあst? Piu, pfup. Piu, pui, pfup. Versorry. Fanst du wohl. Piu. . Das ist nicht ganz. Links seid ihr? Ich hab grad einen rangehört auf jeden Fall. Ich weiß nicht ob der oben ist. Links. Guckst du mir grad zu, oder? Ja, ja. Ich kann schon sagen wo die sind. Alles in der Aufnahme. Oh, oh. Scheiß G8 sind keine Chance, man. Eine Fresse ist das fair. Ah, Drohne. Ich hab alles kalt. Da läuft er. Gerade aus durch. Oh, dort hinten. Oh, dort hinten. Eiskaltes Schwein. Eiskalt. Der nicht trifft. So high for the shit. Das ist mein Problem. Loll. Lappen. Das kam einer von hinten. Der andere von vorne. Das trifft mir einfach keiner. Oh Gott. Ich bin sehr geflasht, ne? Ich hab weiß'n Bild schon. Ja. Einer ist hier rechts. Der wird wahrscheinlich zu B durchraschen. Auf jeden Fall ist gerade einer hier rausgelaufen. In das Fenster da hinten rein. Ich glaube, einer kommt noch am Sporn hinten. Da näher ein Mensch. Das ist der Typ. Ja, ja. Schimmelten der oben. Fuck, Alter. Hinten im Sporn oben im Haus. Moin. Moin dein. Schreibt einfach, ok. Noi. Noi. Zwei Kills hab ich Harrier, Junge. Ich hab auch Popper aufnehmen. Oh, hier auch. G8, Kimbruske. Bitch. Wir haben die Bomben gemacht. Ich weiß nicht. Wir haben die Bomben gemacht. Wir haben die Bomben gemacht. Wir sind zu B durch, oder? Hinten im Sporn. Geht nicht. Lui's? Ah. Ah, ok. No risk. No risk. No risk. Der sitzt dort irgendwo drin. Der sitzt in der Ecke. B-b-b-b. So was von fair. So was von fair. So was von fair. Das gibt's überhaupt nicht. G8, Info Harrier. Aber. Guck guck's dir an, Mann. Ich bin�ijnder die Bomben. Kann nicht einmal dann das Team Getötmaye nehmen. AngЧто ist das Team? 觀etto. Sorg die Höhe. 你說 Equipe ist neu. Geh wir's jetzt mal an das Team. cipline. die Wand anvisiert Nein Mann hast du das gesehen? Das ist so scheiße, ne? Das ist wieder mein Glück Jetzt durch den Ficker verlieren wir das noch nicht Wenn ich aber irgendwas hier spielen soll Lappen, Alter Dieser Typ, ne? Der geht doch bestimmt Oh, der sitzt hinten im Sworn Wieder in dem Swornhaus oben drinnen Ich hätte fast gefickt Kann man den 0 zu 3 haben, Mann? Ich hoffe, der hat dich gleich weghecken, oder? Ja, wie du bei der droppen Links Ich weiß nicht, ob der unten war Hast du ihn gehört, oder was? Ja, ja, ich hab ihn gehört Ja, ich hab ihn gehört Hä Wieder links Der Spee oben ich hatte ich hatte die ganze Zeit hier rumträmmeln ja kopf nade geworfen da war er der Schlinge ich hab den nur links gehört links links und dann so wie ausfällig ich mich da einfach rumgedreht habe m so schnitts treu den Toner versorst m und zufrieden Fläger im Proben in Bewerb ich weiß nicht irgendwo die Komponenten oh mein Gott ist das nicht schlecht gewollt nicht mehr in der Welt hier ist aber auch die Wahl hat an der Frau Heck es wird und wird und ausfohlen so rum der Wappel ist korrekt und aufgefallen schütz so über mich das so gut spielt sie die total unsicher guckst nicht in die Ecken ganz einfach durch das ist der Fehler den du musst glaubst es insgesamt ein Fehler so das zu den klar geradezu im Raum und den Kursor die Bombe gehabt Geh mal hier ruhig links in den Raum rein, guck da mal Fuck Geh kittig Das war das so klar Ja wie er es wusste, ist klar Er hat ihn gehört Meinst du? Klar Er trampelt ein Boot unten so rum wie so ein Begraster Hätte ja kein normaler Mensch machen Dann Ich bin kurz am Morgen bei Zeiten Ich bin kurz Ich bin kurz Ich bin kurz Ich bin kurz Ich bin kurz